So, da sind wir schon wieder, ähm, okay, es geht auf jeden Fall weiter, ähm, wir müssen dem Kollegen hier nochmal kurz das Passwort, ähm, nennen. So, ich weiß ja nicht, ob das was bringt, vielleicht kann ich jetzt hier rein, ich weiß nicht, was das bringt, achso, die haben jetzt Angst, die haben noch keine Angst vor mir. Hä, was kann ich mit dem, mit diesem komischen Zeug denn jetzt? Das habe ich mich gerade schon gefragt. Hm, das ist ja echt komisch. Das ist ja echt kurios. Vergiss nichts, die... Was, für eine Geschichte? Vergiss, also ich gehe mal kurz irgendwo anders, damit ich vielleicht eine bessere Sicht, bessere Sichtwelt habe, warte ich mal, ich gehe mal hier. Vergiss nichts, die... Irgendwas mit Sperre. Ähm, hier rübergerufen ist ja schon mal klar, dass ich das nicht schaffe. Das ist auf jeden Fall so ein Fleischgeschichten, da kann ich auch speichern, aber, hm. Ach, warte mal, vielleicht kann ich ja auch mich hier runterrollen lassen, so. Ich will nur nicht zu tief fallen, das ist das Problem. Okay, das war definitiv falsch. Ja, boah, keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergeht. Ich würde gerne mal diesen Hinweis da lesen, aber, äh, ich weiß noch nicht, wie ich da drankomme. Also, hier ist es ja recht easy gewesen. Raus zu finden, wie der da läuft. Hier hole ich das Teil runter, dann kann ich hier meinetwegen auch mal schnell hoch. Den kann ich leider nicht überhüpfen. Ja, dann muss ich jetzt auf jeden Fall das so irgendwie nutzen, dann bin ich hier. Das kann ich auch nicht wirklich, äh... Oder kann ich das Teil da reinholen? Das, wenn ich das da irgendwie hochholen könnte, ne? Was, was ist denn mit Schleichen? Ne, es hilft auch nichts. Ey, ich hab überhaupt keine Ahnung. Warte, kann ich das noch weiter runter? Ne, weiter runter geht auch nicht. Hm. Was bringen denn diese ganzen Schalter hier? Ja, warte mal, ich sag dem eben kurz weiter Bescheid. Ich würde gerne da speichern zwischendurch, weil das irgendwie hardcore nervig ist. Das immer wieder neu machen zu müssen. Was bringt das denn? Vielleicht kann ich damit das Teil da erwecken. Ah! Jetzt raffe ich's. Na gut, dann ist es ja easy. Das hat ja auch mal gerade nur fast fünf Minuten gedauert, das herauszufinden. Wobei ich ja auch schon dabei war, ähm, das zu machen. Ah! Aber was soll's? Den Part davor. Komm, hau doch mal ab, du scheißvieh. Ich will nichts von dir. Wir können alle friedlich zusammen nehmen. So, mal gucken, wie ich das Passwort jetzt schon so einwenden kann. Mal gucken. Hallo? Ähm, ach komm. Ich sag einfach erstmal Hallo. Und dann kann er mir nochmal das scheiß Ding davor singen. Oder pfeifen oder was auch immer. Und dann geb ich dir das mal. Okay, you can go. Jo. So. Da hab ich das Teil schon mal aktiviert. Da haben wir schon mal eine Flamme fertig, mein ich. Da muss ich jetzt wahrscheinlich nochmal die Geschichte... Achso, der macht dich... Verwandelt mich sofort schon wieder. Danke. Vielen Dank, lieber Kollege. Dann werden wir uns jetzt hier mal auch drum kümmern. Nein, ich will... Ah! Nein, ich will hier eigentlich nur rüberspringen. Jo. Vielen Dank, Junge. Speichern? Was kann das? Ach, die fliegen dann immer nach raus. Wie kann ich ja von denen tragen? Immer nur drei. Ich frag mich, was diese Schalter alle bringen. Ich kann jetzt auf jeden Fall weglocken, meine ich. Wahrscheinlich so. Genau. Und dann drück ich da eben mal fix drauf und schau mal, was da steht. Ähm. So, ess das mal da. Ich glaub, wenn ich neues Fleisch bekommen... Müsste... Oh! Okay. Hau da mal ab. Äh, ich will hier eigentlich nur hoch. Okay, dann muss ich anscheinend nach oben irgendwie. Also hier ist anscheinend alles gemacht. Ach nee, warte. Mach's mal auf. Ich hab da ja oben jetzt gerade aktiviert. Vielleicht ist das Ding jetzt hier fertig. Genau. Loll. Loll. Danke, dass du mich sofort kaputt haust. Aber es sind drei Stück drin, um dann das fertig zu machen. Mh, alles klar. So. Dann muss ich hier eigentlich nur noch runter eben kurz. Aua. So, hier rein. Ey, Alter, wirklich? Loll. Na gut. Dann muss ich jetzt wieder nach oben den Schalter aktivieren. Weil ich das jetzt erkannt habe. Dann muss ich nach unten. Och, nervig. Ja, ist ja gut. Oh Gott, Alter. Ich will hier nach oben. So. Und dann... Ey, das Fleisch halt ganz schnell fallen lassen oder so. So. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht durch den Fallschaden. So. Alter, ich habe dir doch was zu essen gegeben. Bist du scheiße? Loll. Läuft ja richtig. So. Na, dann wieder zurück. Dann muss er da jetzt so sein. Au. Ey, was wollt ihr von mir? Ja. Das ist immer noch nicht das, äh, die richtige Lösung. Ich denke mal, ich muss einfach nur fix sein. Das kann natürlich sein. Ja, komm, dann geh halt runter. Ist mir auch egal. Dann hast du halt keinen Fallschaden. Wobei, ich glaube, so etwas mehr Zeitersparnis war es nicht. Das kann ich nicht. So, okay. Oh my god Das kann natürlich sein Dass ich da jetzt erst noch Wie geil ich da weggeflogen bin Dass ich jetzt noch mal erst noch ganz unten muss Dann mir diese Klingelscheiße Das was ich alles quasi schon gemacht habe Na gut Wenn das so ist dann Ist es halt so Dann müssen wir halt noch mal ganz nach unten Dem Kackvieh sein scheiß Fleisch dahin legen Damit er zufrieden ist Guck mal Das liegt dort hinten Wie wär's So dann haben wir jetzt nämlich hier Die Information die wir brauchen Und dann Geht's nach oben Dann holen wir uns gleich auch mal Wieder ein neues Fleisch Ach Quatsch Zwei dürfen reichen Ich hoffe mal dass zwei reichen Egal Jetzt holen wir uns ja das dritte nochmal Wäre zwar schicker gewesen Jetzt das so vorzuhören zu kriegen Aber was soll's Aber Oh Okay alles klar Oh nö Jetzt müssen wir es nochmal von neu machen Ey tu mir vollkommen leid jetzt hier Dass jetzt schon wieder nicht geklappt hat Wir dürfen vorher noch nicht hoch Ist das ne Scheiße hier Dieses hin und her ne Das machen wir verrückt So Da ist dein Fleisch Hier ist deine scheiß Klingel So Dann fahren wir jetzt nochmal nach oben Holen uns nochmal ein bisschen was zu essen Dann haben wir auf jeden Fall genug Auch wenn's mich hart abfuckt So Drei Stück Das muss ja wohl reichen Für den Hunger der Viecher Dann schaden wir uns da gleich die Glocken da richtig Und dann schauen wir mal weiter So Ich hoffe das ist jetzt wirklich richtig Ah wunderbar Wir müssen nicht mehr zurück Ich hatte schon Angst So Die erste Tür ist also fertig Haben wir nur noch eins Hier sind wahrscheinlich alle Feuersachen Ah ja ich seh schon Hier genau Da brennt das erste Feuer Also eins Zwei Drei 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 Komm doch mal her. Hallo, hier ist doch was. Komm her, komm her. Hier ist es, hier ist es, ihr habt was zu essen. Ich meine, die trauen sich nicht. Naja gut, ich denke mal, ich beende heute mal die Folge ein bisschen früher, damit wir auch genau auf 30 Minuten jetzt hier auf meiner Uhr sind, weiß ich. Vielleicht ist es ein bisschen zu kurz, vielleicht sind wir auf 14 irgendwas, aber dafür sind wir in der nächsten Folge wieder ganz passend dabei. Ich verabschiede mich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Los Angeles Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.